Na, da wundert ihr euch, dass ihr mich jetzt seht anstatt von Simi. Aber Simi hat sich was richtig Tolles überlegt, nämlich, dass sie einfach, dass einfach ihr reagiert. Ihr reagiert jetzt darauf, dass gar kein Video da ist. Es ist quasi ein soziales Experiment, wie eure Reaktion ist. Die können wir natürlich jetzt nicht sehen, aber meine, merkt ihr ja gerade, ich bin total baff. Also, dass ich darauf nicht gekommen bin, einfach kein Video hochladen. Und wir reagieren halt vor den Bildschirmen, dadurch, dass nichts da ist. Ist doch eine super Idee. Und natürlich gibt es zum Abschluss noch eine Challenge. Und diese Challenge geht diesmal an Herrn Peter Reven. Reven, Peter Reven, höre gut zu. Ich hätte gerne von dir ein Video, was ungeschnitten ist, also ein One-Take. Und da sollen mindestens, sag ich mal, aber auf jeden Fall drei Trickshots drin sein. Welche Trickshot-Sportart, wie auch immer, kannst du frei auswählen. Ob du den Bottle-Flip nimmst oder Tischtennis-Ball irgendwo reinwirfst oder Basketball, was weiß ich. Drei Trickshots, One-Take. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.